Hallo, hallo, ich begrüße euch zur Kundgebung der Frente Unido Amerika-Latina. Wir werden heute den großen Sieg in Chile feiern und als erstes spricht Dr. Nen Zilarinas von der Partido Kommunista de Chile und der Chile Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlineses, berlineses, compañeras y compañeros, ya van a ser 48 años desde que nuestro presidente Salvador Allende Gossen pronunciara su último discurso el 11 de septiembre de 1973, mientras la aviación bombardeaba el Palacio Presidencial, expresando su confianza en los trabajadores y el pueblo de Chile. Y en que aseguraba que más pronto que tarde se abrirían las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Y este 15 y 16 de mayo las elecciones para una nueva constitución han dado un inmenso triunfo a las fuerzas antineoliberales y de izquierda junto a la aplastante derrota de la derecha y socialdemocracia, dándose las condiciones para que se comiencen a abrir las alamedas para que el pueblo escriba su futuro. Es ist bereits 48 Jahre her, seit Präsident Salvador Allende Gossens seine letzte Rede am 11. September 1973 hielt, während die Luftwaffe den Präsidentenpalast bombardierte. Er brachte sein Vertrauen in die Arbeiter und das chilenische Volk zum Ausdruck und versicherte, dass früher oder später die großen Alleen, durch die der freie Mann hindurchgehen würde, sich öffnen würden, um eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Abrillan las grandes alamedas. Und an diesem 15. und 16. Mai haben die Wahlen zu einer neuen Verfassung den anti-neoliberalen und linken Kräften einen gewaltigen Triumph gebracht, zusammen mit der erdrückenden Niederlage der Rechten und der Sozialdemokratie, indem die Wahlen die Voraussetzungen dafür verbesserten, dass sich die Alleen öffneten, damit das Volk eine Zukunft freit. Las luchas populärs in Chile, mit einer langen Geschichte, nicht während der Diktatur von Pinochet, mit der Ola der Proteste Socialen, die in den Jahren 1983, nicht während der sogenannten Transition a la Demokratie, acordada entre el dictador Pinocet y la Concertación, la que aceptó la institucionalidad impuesta por la dictadura, huelgas en las minas de cobre, protestas de los escolares en 2002 y 2006, también llamada la Revolución de los Pingüinos. La Movilización Estudiantil de 2011, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFES y Estudiantes Secundarios, fueron afianzando una estrecha colaboración entre trabajadores y estudiantes, sectores que perseguían reivindicaciones comunes que rechazaban las políticas antisociales heredadas de la dictadura militar y del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Die Volkskämpfe in Chile, die eine lange Geschichte haben, haben weder der Pinocet-Diktatur, haben während der Pinocet-Diktatur mit der Welle sozialer Proteste, die sich seit 1983 abschütten, noch während des sogenannten Übergangs zur Demokratie, eine Phase, die zwischen Pinocet-Regime und Konzertationregierungen vereinbart wurde, nicht aufgehört, die sie mit der durch die Diktatur auferlegten institutionalierenden Währung und vieles zu akzeptieren. Streiks in den Kupferminen, Schülerproteste in den Jahren 2002 und 2006, auch die als Pinguin-Revolution bekannt sind, die Studenten-Mobilisierung von 2011, die von chilenischem Studentenverband Confletsch und Schüler einberufen wurden, die eine enge Zusammenarbeit zwischen der Arbeiterklasse und den Studenten verstärkt haben. Sektoren, die gemeinsame Forderungen verfolgten und die antisoziale Politik ablehnen, die von der Militärdiktatur beerbt wurde und von der Regierung von Präsident Sebastián Pellera fortgeführt wurden. De esta forma se va formando un movimiento antiniberal que pone en la discusión el rol del Estado frente a los derechos sociales y critica el rol preponderante entregado al mercado y ataca así las raíces del modelo económico chileno instalado a sangre y fuego durante la dictadura de Pinochet por los Chicago Boys. El pueblo, forniendo sus luchas sectoriales en un cauce común en contra la privatización de los servicios básicos, contra la privatización del agua, contra la privatización de las jubilaciones, 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 hasta alcanzar a interpretar los intereses de la gran mayoría del pueblo chileno que vivía y vive el aumento de la explotación derivados del creciente endeudamiento para poder seguir viviendo, generando niveles intolerables de precarización en nuestro pueblo. So entstand eine anti-neoliberale Bewegung, die die Rolle des Staates gegenüber den sozialen Rechten zur Diskussion stellt und die Rolle des Marktes und damit die Wurzeln des chilenischen Modells angreift, das unter der Diktatur von Pinochet und den Chicago Boys gegen das Volk durchgesetzt wurde. Das Volk hat seine sektoralen Kämpfe gegen die Privatisierung der Grundversorgung, gegen die Privatisierung des Wassers, gegen die Privatisierung der Renten, gegen die Privatisierung der Bildung, gegen die Privatisierung der Gesundheit aufeinander bezogen, um zu erreichen, dass die Interessen der großen Mehrheit des chilenischen Volkes gehört werden. Unsere Forderungen richten sich gegen die Zunahme der Ausbeutung, die zunehmende Verschuldung persönlicher, gegen die zunehmende Verschuldung, gegen das unerträgliche Ausmaß existenzieller Unsicherheit in unserem Volk. Es geht um das einfache Überleben. La rebelión empezada por los escolares contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera en octubre del 2019 y que se convirtió en un estallido social ha marcado un hito en la historia del país. Lo que comenzó con el rechazo al alza del precio del pasaje en el transporte público continuó con las demandas de salud, educación, entre muchas otras, logrando unir a las fuerzas sociales y políticas de izquierda en unas protestas continuas, protestas que han soportado la represión de la policía y de las fuerzas armadas con muertos, mutilados oculares, miles teridos, violencia sexual, presos políticos, quienes muchos de ellos aún continúan privados de libertad. Esta rebelión del 18 de octubre ha abierto las puertas a un cambio radical en la política sin olvidar la acumulación de fuerzas logradas por las luchas populares en estos últimos 30 años que impusieron la elaboración de una nueva constitución. Die Rebellion der Schüler gegen die Regierung von Präsident Sebastian Peguera im Oktober 2019, die sich zu einer sozialen Explosion entwickelte, wurde zu einem wichtigen Meilenstein in der Geschichte des Landes. Was mit der Ablehnung einer Preiserhöhung des öffentlichen Nahverkehrs begann, wurde mit Forderungen an Gesundheits- und Bildungspolitik und andere Bereiche fortgesetzt, in dem es gelungen ist, die linken sozialen und politischen Kräfte in anhaltenden Demonstrationen zu vereinen. Demonstrationen, die von der Polizei und den Streitkräften mit Toten, Augenverstümmelungen, Tausenden von Verletzten, sexueller Gewalt und politischen Gefangenen, von denen viele immer noch in den chilenischen Knästen sitzen, beantwortet wurden. Diese Rebellion vom 18. Oktober 2019 hat die Tür für einen radikalen politischen Wandel geöffnet, ohne die Ansammlung von Kräften zu vergessen, die durch die Kämpfe der Bevölkerung in den letzten 30 Jahren, die die Ausarbeitung einer neuen Verfassung erzwungen haben. Hier gibt es eine Racheung zwischen der Lucha Política Social und der Lucha Electoral Das ist eine große Herausforderung, die sich in den Zentrum der Neustrüstung der Neustrüstung der Neustrüstung der Neustrüstung der Neustrüstung der Neustrüstung. De la derecha política, con su lista Chile vamos, sufrió una gran derrota histórica. Y no podrá bloquear la nueva constitución con los 37 escaños logrados y necesitaba 52 escaños de los 155. Y no podrá bloquear la nueva constitución con los 155. En segundo lugar fueron castigados los partidos firmantes del pacto con Pinochet en 1989. Y que estableció el sistema político de estos últimos 30 años. Es así como la lista de este grupo de la prueba que aglutina la exconsertación. También sufrió una derrota y obtuvo solo 25 escaños. En tercer lugar salieron fortalecidas las fuerzas políticas que representaban el estallido social en la lista a prueba de dignidad. Que incluyen al Partido Comunista y al Frente Amplio. Logrando 28 escaños. El Partido Comunista con su candidato presidencial, Daniel Jadwe. Fue uno de los mejores calificados para las próximas elecciones presidenciales de este fin de año. Ganó la alcaldía de la capital y aumentó su votación en general a 500.600.000 votos en estas mega elecciones. Un gran éxito del Partido Comunista. Desde aquí, Berlín, saludamos a nuestro partido en Chile. So erging es auch den Parteien, die 1989 den Pakt mit Pinochet unterzeichneten und damit das politische System der letzten 30 Jahre etablierten. So erlitt die Liste der Zustimmungen, in Anführungszeichen, die die ehemalige Konstantation zusammenführte, eine Niederlage und erhielt nur 25 Sitze. Drittens gewannen die politischen Kräfte, die den sozialen Aufbruch in der Liste der Zustimmungen, Würde, repräsentierten, zu der die Kommunistische Partei und die Frente Amplio gehören auf Anhieb für 28 Sitze. Die Kommunistische Partei mit ihrem Präsidentschaftskandidaten Daniel Jadwe, einem der angesehensten Kandidaten für die bevorstehende Präsidentschaftswahlen, am Ende des Jahres gewannen das Bürgermeisteramt der Hauptstadt und steigerte ihre Gesamtstimmenzahl bei den Wahlen auf 560.000 Stimmen. Ein großer Erfolg für die Kommunistische Partei. Von Berlin aus grüßen wir unsere Partei in Chile. Die Kommunistische Partei in Chile. die neue Carta Magna, die dann über die popular für ihre aprobationen. Die aktuell ist die construktion von einem juridisch marco den Weg nach dem politisch-economischen und sozialen während der Diktatur von Pinochet mit der Einheit von independen, von der Izquierda und von allen und von den radicalen der Justizien Die einzige Unions zwischen den sozialen und den die neue Constituent die die nicht nur Die große Überraschung der verfassungsgebenden Ergebnisse war die große Anzahl von Sitzen, die von unabhängigen Sektoren gewonnen wurden. Insgesamt 48, davon 17 Sitze für die indigenen Völker. Durch den Paritätsmechanismus wurden 81 Frauen und 74 Männer in den Verfassungskonvent gewählt. Die Auserwählten werden bis zu einem Jahr Zeit haben, die neue Magna Carta zu entwerfen, die dann der Bevölkerung zur Abstimmung vorgelegt wird. Die aktuelle Aufgabe ist der Aufbau eines rechtlichen Rahmens, der das politische, wirtschaftliche und soziale Modell hinter sich lässt, das dem chilenischen Volk von der Pinochet-Diktatur vererbt wurde. Dies kann nur unter Voraussetzungen der Einheit aller unabhängigen und linken Parteien und all derjenigen Bewegungen gelingen, die für die radikale Veränderung der chilenischen Gesellschaft eintreten. Es geht um die Herstellung sozialer Gerechtigkeit. Die Verbindung von sozialer Bewegung und eine Bewegung für eine neue Verfassung ermutigen, vielversprechende Erwartungen, nicht nur für Chile, sondern für ganz Lateinamerika und die Karibik und die Progresiven der Welt. Vanzeremos! Wir müssen weiterhin die Einheit des Volkesmiedes. Wir werden siegen! Vanzeremos! 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 Hoch die internationale Solidarität! Viva Chile!